Und damit geht, Leute, was geht, mein Herz kommt zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Wir haben beim letzten Mal die japanisch angehauchte Welt erreicht, das Ninja Land. Und heute kommen wir zum Herrn von Samurais Schloss. Ich denke mal, das ist schon der Boss dieser Welt. Ich bin mega gehypt. Mal schauen, was uns hier Spannendes erwartet. Ich freue mich drauf. Yoshi! Okay, wir haben die schönen Kirschblütenblätter im Hintergrund. Ihr wisst alle Bescheid. Oh, lol. Ultra-Secret. Aber keine rote Coin. Vielleicht schaffen wir heute endlich mal die rote Coin-Challenge. Mann. Okay. Oh. Das sieht so aus, als könnte man da oben rein. Blam. Das fährt wieder hoch. Ja, ja, das hat man direkt gesehen wegen den... Alles klar. Heavy auf jeden Fall. Aber das hat man gesehen wegen den Stangen, dass das wieder hochfährt. Blam. Toll, eine Coin. Danke für gar nichts. Nee, ich will erst mal ganz kurz hier durchgucken, was es hier gibt. Ja. Ein Secret, wie immer. Ein bisschen mehr Leben, wichtig. Wichtig. Alles ist so cursed. Wer ist er denn bitte? What? Auf jeden Fall ist er sehr stark. Das sollten wir alles ganz entspannt skippen können. Geht es hier weiter? Das hier runter. Damit das hier nach links. Damit das hier hoch. Damit ich hier weiter. Es ist ganz skurril, aber es ist auf irgendeine Art und Weise richtig... Uh, ey. Dann fahren sie wieder hoch. Wir wissen alle, dass es hier hoch geht. Ja, wundervoll. Ist die erste... Wir haben irgendwo unten was verpasst. Ich weiß. Ich habe es gemerkt, tatsächlich. Blam. Okay. Oh, wir haben ein goldenes Eck. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen den Ecks hier ist. What the hell just happened? Wir akzeptieren das. Einfach, dass es gerade passiert. Und das auch gut so scheinbar. Wir müssen den Key holen. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Okay, okay. Gimmick cool. Gimmick cool. Wenn das jetzt das ganze Level so ist, nicht mehr cool, weil das ultra schwer wirkt. Nehmt euch. Nehmt. Ganz dringend weg müsst ihr hier. Zack. Zack, zack. Ich müsste tatsächlich nochmal nach hier unten... Ich schmecke rote Coins. Wir haben safe schon rote Coins verpasst. Allein, weil wir eine Blume verpasst haben, nicht? Lauf, 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 lauf. Nein, was? Aber das ist nicht so schlimm. Das können wir ja skippen. Hier müssen wir durchsneaken. So. Und jetzt. Wahoo. Na ja, ganz so Wahoo war es dann doch nicht, aber ist ja okay. Ich check gar nichts, aber ich lasse jetzt den runterfahren. Da oben links war was. Ach, geht's hier einfach... Oh. Guck mal, da ist der Weg. Was bedeutet der Weg nur? Was will ich mit 3x? Ich krieg hier nie was krasses raus. Jo, alle... Jo, wahrscheinlich. Ich hab keine Ex. Ja, das ist lost. Nein. Hä? Was soll ich denn tun? Hier wird unfair noch groß geschrieben. Ist das nicht schön? Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Der trifft das trotzdem nicht? Ich dachte, ich wäre jetzt so der Smarteste. Game studiert und so. Ihr wisst Bescheid. Nee, gar nichts. Ich muss nochmal, oder? Ja. Mlam. Und jetzt können wir hier raus, ja. Zack. Das, das sieht gar nicht gut aus. Du gibst nicht auf, was? Meine fiesen Fallen werden dein Verderben sein. Guck mal, ich hab'n krassen Zauberstab. Hui, hui. Expecto Patronum. Hey, ich bin Harry Potter. Hui. Bitte, was passiert? Wer bist du denn? MC Becher ist am Start. What? Ich habe es gesehen, dass man da links raus kann. Hier ist's. Hier zu stehen ist doch am smartesten, oder nicht? Oder auch nicht. Ich throw den jetzt einfach mal ab. Kriegt mir nichts. Wow. Ach so. Ja, das müsst ihr mir auch sagen. Das war Raum 1. Jetzt kommt Raum 2. Okay, alles gut, alles safe. Was? Aber alles gut, alles safe. Jetzt nach oben? Wieso fährt er nach unten? Ich weiß wieso. Runter. Bam. Zweiter Raum. Fertig? Let's go. Dritter Raum. Gib nochmal. Ja. What the hell? Alles klar. Alles klar. Übertreib doch komplett. Ich weiß genau, was ich tun muss. Ich weiß genau, was ich tun muss. Nein, das war dumm. Das muss ich nicht tun. Okay, also wir müssen hier hoch. Dann müssen wir hier drüben rein. Die Door öffnen. Okay, wir sind safe. Ah. Dann fahren wir das runter. Dadurch können wir hier rein und das hier rüberfahren lassen. Oh nein. Pfffui. Okay. Alles safe. Jetzt müssen wir hier die Tür öffnen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, alles safe erstmal. Ich hab hundertmal springen gedrückt. Nee, das ist dumm. Ja, das ist halt, Bro, das ist lost. Ja, weiß ich nicht. Hundertmal springen gedrückt und er springt trotzdem nicht nach oben. Das war eher Betrug als Spaß. Aber damit hätten wir das erste Level auch hinter uns gebracht. Nice one. Nice one. Ja, wir haben wieder Dinge. Also, wie soll man das denn mit 20 Leben schaffen, wenn das so ein Betrug ist? Alles auf den Emulator schieben. Der Emulator nimmt meine Tasten nicht an. Damit wäre das abgeschlossen. Und wir können zum MrMeisterGamble. Gehen wir jetzt erst recht. Wir schauen uns die Map an, guys, zusammen. Also, wir haben hier ein Juwel und da oben ein... Da komm ich nicht hin. Ganz da oben ein Juwel. Wir könnten jetzt den Weg da lang gehen. Also, nach links. Zu dieser Zuckerwatten-Wolkenzone-mäßigen Welt. Dann nach oben, dann nach rechts. Oder wir gehen jetzt nach rechts. Und da sieht's aus, als würde es noch weiter gehen. Keine Ahnung. Wir schauen uns erstmal den Weg jetzt rechts an, würde ich sagen. Da können wir nämlich auch gameln. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Huiuiui. Was denkt ihr? Kriegen wir was Gutes? Ich hoffe natürlich wie immer auf was Goldenes, damit es einfach wird. Sieht aus, Gold ist ganz unten. Oh, bitte, bitte. Gold, Gold, Gold. Komm, komm. Schade. Rot ist aber auch gut. Hat, glaube ich, vier Treffer. Ist okay. Kann man auf jeden Fall machen. Und zwar bekommen wir den einzig wahren und unverwechselbaren Heizofen. Das ist mein Heizofenkostüm. So gehe ich auch immer zur Fasnacht. In meinem Heizofenkostüm. Unfassbar. Aber das wird sich direkt angezogen, weil das hält ein Treffer mehr aus. Da können wir mehr Damage taken. Das ist wunderbar. Und tschüss. Dann lass uns doch mal nach rechts weitergehen. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann und für deine Geschenke hätte ich bitte gerne 15 Grinseblumen. Ho, ho, ho. Die kannst du ganz gerne haben. Auch wenn ich echt kurz vor Pleite bin, Guys. Die Privatinsolvenz kickt. Jetzt wird's kritisch. Da muss ich vielleicht auch bald meinen 120.000 Euro breitgebauten Range Rover verkaufen. Aber. Kommen wir in die Kofferwelt? Im Rumpeldschungel. Herzlich willkommen. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ich seh Dinosaurier. Ich find's cool. Ich mag Dinosaurier. Ich mag auch Züge. Aber Dinosaurier mag ich mehr. Oh Gott. Was ist das denn schon wieder? Starten wir rein. In das Verderbnis. Yoshi. Yoshi. Oh, wir haben wieder. Das hab ich gelernt nach 300 Jahre langem Rumprobieren. Das ist cool. Das ist so das Baby und das hält sich an den Eltern fest. Das ist cool. Also das ist wow. Wow ist das gut gemacht. Mr. Dinosaur. Mr. Dinosaur? Ich hab kein Egg, Mr. Dinosaur. Sie müssten... Kurz auf mich warten. Was? 100 Mal Mlamm gedrückt. Was ein Scan. Er folgt mir, oder? Immer noch. Was ist das denn? Übertreib halt komplett. Entschuldigung. Ja, mach halt meine Ex noch kapach mal. Nee, lost. Kompletter Loster-Müll. Wir können Ballons essen. Wir können Ballons essen. Genau. Ich nehm... Ich nehm gerne mehr Ex mit dahin. Man weiß nie, was das hier für ne Challenge ist. Deswegen... Es ist die blaue Blünzen-Challenge. Blaue Blünzen, Geist. Ich bin immer noch am Design dran, ne? Weil ich immer noch... Wie soll ich denn nach da oben kommen? Geist? Ich komm da nicht hin. Also so ist normal. Und wenn ich springe, komm ich auch nicht höher. Man kommt da gar nicht hin. Was ein Betrug. Was ein Scam. Hä? Ja, das ist halt lost. Das ist halt straight up nicht fair. Egal. Lassen wir uns davon nicht beeinflussen. Wir haben immer noch eine Giraffe. Warum denn nicht? Einfach eine Giraffe. Red Coin. Wir werden zu 100% nicht alle Red Coins getten. Aber trotzdem. Man kann sie ja mitnehmen, wenn sie schon da sind. Halt, 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 halt. Halt. Stopp, stopp, stopp. Hier geht's doch hoch. Ja, ja, ja. Nein. Ernsthaft? Warte. Ich dachte, ich hab jetzt hier ein super Secret gefunden. Das ist halt der official way. Oder? Wohin? Hä? Ach, da lang. Niemand mag dich. Geh doch einfach die spawnen. Natürlich treffe ich erst da. Ach, komm. Was ist das denn? Ja, natürlich. Nein, ich sammle gar nichts ein hier. Bauen sie mich mal nach oben. Dankeschön. Ich hasse dich trotzdem. Keine Red Coins, aber safe irgendwie ein Secret. Gar nichts. Herzlich willkommen in der Umsonst-Hölle. Kollege. Also das ist... Cool. 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 Du kommst hier nicht runter. That's the difference between us. Aber er ist halt schlau. Er dreht halt einfach hier um. Oh, Heilung! Ey, noch nie so wichtig Heilung... Nach Heilung... Gesehnt. Warte, kann ich... Ich weiß, wie ich die blauen Blünzen bekommen hätte. Mit einer Stampfattacke. Inszen nicht. Da unten ist der Magnet. Also. Wir müssen das jetzt strategisch an... Warum bounced er seitwärts? Es macht keinen Sinn. Jawohl. Let's go. Let's go. Ich glaube, das reicht. Stampfattacke, bam. Zack und hier hoch. Wunderbar. Oh nein. Komm her. Du machst mir nur unnötig Damage. Du machst mir safe auch noch Damage, einfach weil du da bist. So. Oh nein. Wo ist die Rele? Wo ist die Rele? Da. Let's go. Das ist legit alles andere als einfach. Hier links ist gar nichts. Nein. Mir fehlen ein bisschen diese... Oh nein. Warum sollte ich euch eine Brücke bauen? Ich hasse euch abgrundtief. Warum ist da ein Riesenballon? Ui. Zack und hoch. Ey, da muss man sich voll konzentrieren. Warum sollte ich den Leuten, also die ich komplett hasse, einfach weil sie existen? Warum sollte ich denen jetzt noch eine Brücke bauen? Unfassbar. Ah, ihr braucht noch ein Teil. Und woher kriege ich das? Hier oben. Ja, das wäre mein Guess gewesen tatsächlich. Okay. I don't know. Weiß ich jetzt nicht. Ihr tötet mich doch sowieso nur. Ob ich euch jetzt befreit hätte oder nicht. Es ist doch so. Aber hier hinten ist zu 100% ein Secret. Cold it, cold it. Irgendwann muss ich wahrscheinlich auch noch Backtracking für die ganzen Blumen machen. Ich habe Angst, nachher braucht man in der letzten Welt so 800 von denen. Dankeschön, dass ihr mich nicht tötet. Finde ich sehr schön. Alles. Curse. Ziel. Ja, finde ich gut. Bin ich mit einverstanden. Finde ich gut. Habe ich jetzt auch verdient. Er hat viel zu lange gedauert, das Level. War auch tatsächlich sehr anstrengend. Die Welt hängt nicht so spaßig an wie andere Welten. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben zwei verpasst. Das ist halt gar nicht gut. So. Der eine wollte vorher 20 von diesen Grinseblumen. Imagine, wir hätten nicht 20 gehabt. Wir haben jetzt gerade so über 20. Wir haben 30 jetzt. Also auf jeden Fall, wir haben Blumenprobleme. Aber wir schalten das Frog-Level frei. Die Tierreicherkundung. Ne. Hoppeldihüpf. Hoppeldihüpf. Das ist der Titel des Jahrtausends. Hoppeldihüpf. Geist, was macht ihr so in eurer Freizeit? Ja, ich mach so ein bisschen Hoppeldihüpf. Klingt auf jeden Fall cursed. Aber ist nicht so schlimm. Ach ja. Geist, wie immer, das Game gibt es unten in der Videobeschrankung. Bei Instagram gibt es das wie immer todesgünstig. Da wie Will Smith einfach mal zuschlagen und gönnen. Das wäre echt cool. Ah, wir können ihn auch abthrowen. Okay. Ja, warte. Dann gehen wir das doch strategisch an. Also einmal. So. Und dann. Und dann lassen wir uns kurz scammen. Da oben sind zwei Red Coins. Da eine noch. Die drehen sich nämlich auch in die andere Richtung, habe ich gesehen. Es gibt schon eindeutige Merkmale, die die Coins voneinander zu unterscheiden, tatsächlich. Okay, hat dabei getroffen. Und ich kann dich höher springen lassen, wenn ich... Das müsste trotzdem... Ich habe keine... Ah! Okay, wir machen es smart. Bam! Ten Coins. Und wir nehmen wieder die Echsen mit. Wichtig und richtig. Ich hasse es, aber wir müssen da wohl durch. Wobei, die waren bisher immer einfach und entspannt. Was? Ja. Als... Ja, krach. Es ist auch einfach dumm gemacht. Wieso kann ich... Warum muss ich die denn aktiv treffen, um sie zu essen? Ich weiß nicht mal, ob ich dich überhaupt brauche. Ich denke nicht. Geh weg von mir. Nee, also das mit den Äpfeln ist lost, weil man die halt nur essen kann, wenn man sich aktiv dafür entscheidet, die richtige Taste zu drücken. Was will der von mir? Geh doch weg jetzt. So, wir hacken uns kurz hier rüber. Ja, komm doch her. Auch noch hier. Ja, wunderbar. Super. Klasse. Du hast alles erreicht in deinem Leben. Geh doch weg jetzt. Ja, weil wir... Das bringt mir gar nichts. Ich komm hier nicht rein. Ja, hallo? Hä? Hä? Wie komm ich hier weiter, guys? Oh, muss ich vielleicht... Ich fliege jetzt einfach mal nach rechts. Ja. Ich komm jetzt nicht weiter, weil... Softlock. Okay, ja, dann. Ab nach unten und wir holen uns nochmal Eggs und gehen nochmal von vorne nach oben. Ich hab die Blöcke nicht weggemacht. Die sind jetzt legit einfach despawned. Das ist... Ah, du lässt dich auch mal hier oben blicken. Nee, ich hasse... Es ist unfassbar. Wie kann das denn so lost programmiert sein? Ich schieb das voll auf Nintendo. Geh weg jetzt! Niemand will was mit dir zu tun haben. Schlangen sind einfach lost. Ich bin wieder. Es wird so viel kaputt gehen. Ey, ich schmeiß den Controller gleich so da durch. Er kommt mir jetzt wieder entgegen, wetten. Nein! Boah, cool. Er hat gelernt. Er denkt, er ist was Besonderes. Ist er aber nicht. Er ist einfach ein Mülleimer. Bleib doch... Also, wirklich, dass ich mit dem zusammenarbeiten muss, ist das Schlimmste, was die Entwickler einprogrammiert haben. Das gesamte Spielerlebnis geht da alles klar. Ich mache ich das Geschenk. Gesamtes Spielerlebnis zerstört durch diese Schl... Guck mal, wie lustig und wie viel Spaß... Ey. Hey, ich bin... Ein Stock weg. Nee. Geh weg von mir. Ich hasse diesen Typen so unfassbar. Wie soll ich denn da... Ja, bitte gib mir das Ziel. Ich hasse mein Leben. Das Level geht noch weiter? Noch nie so wütend auf eine Schlange gewesen. Mann, ich will nicht mehr, aber ich muss, weil es hier... Was war das? Ach, fuuuhuuhu. Wir sind heute ganz lustig. Das da oben ist ne... Spring nach oben, du... Ja, ist okay. Komm. Nee, ver... Jetzt ist... 100.000... Nee, nee. Nee, ist vorbei. Alles klar. Lass mich raus Das ist nicht Warum? Hey, es ist so lost Wow, wir sind auf der anderen Seite Ist das nicht schön? Wir kriegen sogar Heilung Ist das nicht schön? Nein, nein, nein Nein, nein, nein Geh weg, nein Nein, nein Nein Halt, stopp Wie? Danke, weg Gar kein Bock Das war das bisher Schlimmste Level von allen Also, was war das denn? Also, die Schlange ist ja einfach Nee, einfach lost Komplett lost Hoppelt die Hüpf Ist das schlechteste Level Was wir bisher hatten Weil es einfach Nee, es ist Ja, skip, 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 skip Guys Skip Das nächste Level ist ein Zug Level Dschungeltour Nein, das ist sogar ein Match Aber Das schauen wir uns beim nächsten Mal Like da lassen Abonnieren Schlangen in den Müll werfen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Ciao, ciao, Leute Ciao, Leute Ciao, Leute Vielen Dank.